Graz, freuen uns heute sehr, unser nördlichstes Konzert bis jetzt zu spielen. Wir haben gedacht, im Norden ist es kälter. Wir wurden enttäuscht. Jetzt kommt ein Wort mit immer gut, ich hab ihn vergessen, scheiße. Immer gut hier zu sein, weil Strelitz ist immer eine Reise wert, oder? Immer gut hier zu sein. Immer gut, so was, ja. Verkackt. Er ist immer gut. Danke für das warme Willkommenheißen, für den herzlichen Empfang. Habt ihr eine gute Zeit bis jetzt gehabt? Ich hab gehört, gestern war Stromausfall. Ja, sometimes ist der Stromausfall. Aber das österreichische Sprichwort dazu, eigentlich ein Sprichwort. Wenn es in Österreich passiert, denkt man sich, macht man sich das Beste draus, weil wenn der Stromausfall, ja, was soll man tun? Ach Gott, es geht ja weiter, ist eh okay. Auch da ist uns nichts für immer, was passiert. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.